Die Türkei lässt die Grenze zur EU weiter offen. Griechenland hält dagegen, ist entschlossen, keine Migranten hereinzulassen. Die Türkei wiederum setzt mehr als 1000 Polizisten ein, um zu verhindern, dass Migranten von Griechenland zurückgeschickt werden. Im Moment herrscht an der Grenze angespannte Ruhe. Nach wie vor warten hier tausende Migranten darauf, in die EU zu gelangen. Weitere sind auf dem Weg. Sie gaben uns ein Boot und sagten, wir sollten über den Grenzfluss Evors nach Griechenland fahren. Ich habe das abgelehnt. Mit den Kindern gehe ich dieses Risiko nicht ein. Auch allein würde ich es nicht machen. Ich will nicht über den Fluss. Das hier sind Menschen, keine Tiere. Wir sitzen hier und die Polizei sagt uns, wir müssen weg. Wohin sollen wir denn gehen? Ich habe fünf Kinder und eine Frau. Wir haben nichts. Kein Geld. Nichts. Inzwischen hat der türkische Präsident Erdogan Überfahrten von Migranten über die Ägäis in die EU verboten. Eine Rücknahme der Grenzöffnung scheint das aber nicht zu sein. Die Überfahrt sei zu gefährlich, hieß es in einer Stellungnahme. Die Türkei wirft Griechenland vor, zu hart gegen Migranten vorzugehen. Athen weist das kategorisch zurück. Frau Schmidt hat mich. Frau Schmidt hat dirveit. Wie font es die, wie hat es?